Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Heute schauen wir uns ApeCoin an. Wurde sich von der Community gewünscht, war zwar jetzt nicht der Riesenwunsch von vielen, viele wünschen sich immer das Gleiche. Deswegen heute mal ApeCoin. Wenn ihr irgendwelche anderen Wünsche natürlich habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein, dann werden wir das jede Woche immer ein paar rauspicken und dazu ein Video machen. Aber heute geht es um ApeCoin. Hype ein bisschen abgeflacht die letzten Wochen und Monate, trotzdem weiterhin ein sehr, sehr interessanter Altcoin auf jeden Fall meiner Meinung nach. Aber bevor wir starten, gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wie immer gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock auf Updates und Signale habt, dann gerne dazukommen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in den Kommentaren. Gut und damit würde ich sagen, fangen wir an mit der Chartanalyse in den kleineren Timeframes. Momentan traden wir bei ungefähr 6,20 Dollar. Ich habe hier schon mal so einen kleinen Weg eingezeichnet. Warum, wieso, weshalb? Wir sind hier gerade auf dem 4-Stunden-Chart, sehen uns jetzt erstmal den Trend an. Der Trend zeigt erstmal deutlich nach oben. Das heißt, the trend is your friend until the end. Merkt euch diesen Satz und so lange shorten wir hier auch nicht. Solange der Trend hier nicht gebrochen ist, ergibt sich momentan zumindest kurzfristig keine wirkliche Short-Möglichkeit. Das Volumen sehr, sehr stark in diesem Abtrend, zwar immer wieder mit Peaks, die abgegriffen wurden, trotzdem auch die Peaks mit sehr, sehr viel Volumen geholt. Das heißt, der Trend ist auf jeden Fall noch intakt. Solange hier immer noch diese Volumen-Peaks kommen, bringt es uns nicht zu shorten. Das ist immer dieser Punkt, auf den ich eingehen möchte, weil da oben einfach viel, viel zu viel Liquidität liegt. Und das sehen wir jetzt auch hier. Dieses Hoch hier drüben bei den 6,42 Dollar fast genau. Auch hier wieder sehr, sehr viel Volumen, auch Short-Liquidität, die hier oben eben liegt. Und die versucht sich ApeCoin hier eben gerade ein bisschen zu holen. Und klar, wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart, haben wir nach unten hin nochmal hier so eine kleine Zone, die es auf jeden Fall im Auge zu belassen gilt hier bei den 5,85 bis 5,70. Warum? Da blicken wir ganz kurz mal auf den 1-Stunden-Timeframe. Und zwar einerseits, wenn wir uns hier das FIP-Level ziehen von unserem Low zu unserem High, sehen wir, okay, hier unten liegt das Golden Pocket, ein interessanter Bereich. Hier liegt der Abtrend und gestern nach der Fettrede auch ein interessanter Punkt bis 5,67, eben das 0,786. Also es ist möglich, dass wir jetzt hier momentan nach jetzigem Stand noch kein höheres Hoch kriegen. Aber eben dieser kleine, zumindest hier dieser Abfahrt, weg nach unten hin, bis wir dann hier unten Bounce sehen und dann gegebenenfalls sogar eine Long-Position eingehen könnten. Weil eben Abtrend, Golden Pocket, 0,786 und Ineffizienz und eine Demand-Zone da unten liegt. Also da kommt eine Menge Support rein, was uns dann helfen könnte, den Weg hier oben zumindest bis zu den 6,41 auf jeden Fall zu bringen. Und der Trend hier, man sieht es hier wieder, dieser Bounce mit sehr, sehr viel Volumen reingegeben. Also keine Short-Möglichkeit momentan, die ich hier zumindest sehe. Okay, dann gehen wir wieder in den 4-Stunden-Time-Frame, sehen uns das nochmal auf einem größeren Chartbild an. Und da sehen wir, okay, in der Vergangenheit sind wir an eben dieser grünen Box hier oben auch, die 6,47, sehr, sehr oft zurückgewiesen worden. Einerseits hier drüben, das war am 17. August, dann nochmal am 18. August, dann nochmal hier am 21. September und jetzt eben die letzten Tage immer wieder an dieser Zone rejected worden. Das heißt einerseits, hier wird Short-Liquidität rausgenommen. Andererseits haben wir noch kein höheres Hoch. Das heißt über uns, in dieser grünen Box wartet noch eine Menge Short-Liquidität. Und da wird es dann sehr, sehr interessant werden. Kriegen wir einen 4-Stunden-Close über diese Hochs, die wir jetzt hier gebildet haben, also das heißt so um den 6,40 Dollar Bereich, ist es meines Erachtens nach erst einmal bullish. Gehen wir hier nur im 4-Stunden-Chart einfach kurz drüber, wicken drüber, kriegen aber einen Close da drunter. Da heißt es für mich, okay, Liquidität abgegrast, erst das Retracement nach unten. Das könnte uns dann ins Golden Pocket, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, führen. Und von dort aus nochmal eventuell ins übergeordnete Golden Pocket. Das heißt, wenn wir jetzt dann diesen Abverkauf sehen, die Aufwärtsbewegung da in das Golden Pocket, dann wäre die Möglichkeit dann für einen Short. Dann hätten wir ein korrektives Hoch gesehen. Die Liquidität oben wurde abgegrast, erfolgreich. Und dann Trendwende auf jeden Fall möglich. Momentan ergibt sich hier für mich noch keine wirkliche Short-Möglichkeit. Muss man ganz ehrlich dazu sagen. Jetzt blicken wir nochmal auf einen Daily-Timeframe, schauen uns das alles mal in den großen Timeframes an. Das sehen wir auch, okay, Abtrend absolut intakt. Wir machen mal ganz kurz das Golden Pocket hier weg. Abtrend intakt, sehr, sehr hohes Volumen. Klar, Volumen geht raus. Trotzdem ist das Volumen immer noch exorbitant hoch. Wir haben es gerade in den 1- und 4-Stunden-Chart gesehen. Wir haben RSI, eine Bearish Divergence. Danach würde ich aber ehrlich gesagt nicht gehen. Warum? Der RSI ist ein uralter Indikator. Den gibt es schon ewig, muss man auch dazu sagen. Da tut sich sehr, sehr wenig in diesem Chartbild. Deswegen würde ich hier nach einfach nicht gehen momentan. Eine Bearish Divergence kann sich auch sehr schnell auflösen. Vor allem, wenn wir hier im Endeffekt einen schönen Abtrend haben. Also danach bitte nicht gehen. Momentan zumindest. Es wird hier eher interessant, wie reagieren wir eben hier bei den 6,45 Dollar beziehungsweise hier bei den 6,63 Dollar, wo das 0,786er FIP-Level auf uns wartet. Wir haben gerade über den 4-Stunden-Close geredet. Finde dieser statt. Ist der Daily-Close der nächste wichtige Schritt. Schließen wir hier drüber. Absolut Bullish. Und es ist möglich, dass wir hier in das 1,618er gehen. Bis ungefähr sogar 10 Dollar. Wäre wirklich ein realistisches Ziel. Sollten wir hier über das 0,786er kommen. Natürlich mit Zwischenstopp hier bei den 7,77. Also dieses hoch hier drüben. Aber danach ist es auf jeden Fall möglich, in das 1,618er zu kommen. Weil wir eben hier schon momentan mit dem Golden Pocket kämpfen. Von dieser Abwärtsbewegung zu unserem All-Time-Low bei 2,60 Dollar. Wird es jetzt ziemlich entscheidend sein. Ansonsten sollten wir hier oben rejected werden. Schauen wir uns das ganze Chartbild eben mal komplett umgekehrt an. Und zwar von unserem Low einerseits bis zu unserem jetzigen High. Wäre Zwischenziel hier unten die 4,10 Dollar. Grob gesagt, wenn wir jetzt nur diese ganze Aufwärtsbewegung nehmen. Wäre es wichtig, auf jeden Fall die 4,47 Dollar rauszunehmen. Beziehungsweise hier den Support zu finden. Bestätigen. Und dann können wir einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Und dann sind die 10 Dollar auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Das heißt, wir fassen nochmal zusammen. Momentan, jetziger Stand, kein Short. Wir warten auf einen 4-Stunden-Close. Entweder drüber oder darunter. Ist es nur ein WIG? Ist es bearish? Dann schauen wir uns das kleine Golden Pocket an. Von dieser eben gerade genannten Bewegung. Kriegen wir hier einen Bounce rein. Und gehen dann in das Golden Pocket darüber. Schließen. Dort drunter ist es bearish. Ansonsten bullish. Und wir können hier sofort Richtung 10,60 Dollar gehen. Ansonsten bricht der Trend. Sind die 4,40 Dollar in den nächsten Wochen. Im Bereich des Möglichen. Weil wir ja bei Bitcoin immer noch eine Korrektur erwarten. Gut. Und damit habe ich genug gelabert. Wie gesagt, gerne eure Altcoin-Münsche unten in die Kommentare reinschreiben. Würde ich mich darüber freuen. Und natürlich ein Like da lassen. Abo da lassen. Macht die 3.000 Abos voll Freunde. Endlich. Und dann war es das von meiner Seite. Wie gesagt, Like, Abo. Und dann hören wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay quick. Und wie immer. Und wie immer.